internet kein internet kein dsa ja immer noch ohne internet das ist ja eben der perfekteste zeitraum oder zeitpunkt ebenso ein altes spiel zu spielen denn wir sind aus dem jahr kurz vorm ende gott ich denke jedes mal gott reagiert diese maus scheiße denn wir waren da wir geschafft okay hier waren wir stehen geblieben ich wollte gerade sagen haben wir nicht geschafft ich habe ja letztes mal davon geredet dass wir was durchbringen müssen und so ist es gar nicht mal so schwer weil wir da nur eine bombe legen müssen aber es ist ein ewiges hin und her hier unten weil wir uns so gesagt den frä bei den weg frei bomben müssen zum ziel deswegen heißt es wahrscheinlich auch technoborben naja wir versuchen diesen paar noch zwei zu machen und nächsten partner neben auch noch zwei denn ich glaube die stauze voll vor diesem spiel wie lange spiele ja schon an dieser scheiße lange genug deswegen kann man meinen dach ja stimmt da wir können nur eine sache mitnehmen bombe oder das andere teil so wir müssen die bombe auf jeden fall hier legen zwei war das dann wird auch noch in die luft irgendwann springen würde außer dass die mir das da drin hängen genau den bohrer aber auch ich sonst komme ich ja gar nicht runter stumper ist was sitzt um ich habe vier bomben da oben komme ich nachher hin ich glaube ich musste sogar nach links oder weiß wo ich der ausstrahl speuter der ausstrahl speuter ja dann habe ich definitiv grund wieder war der warte und verderben tod und verderben weil ich halt wieder gemacht habe so denn wir müssen jetzt irgendwie es war den scheißen holen gegen die typen reinen eigentlich natürlich bestimmt müssen wir nichts weiter machen also so profi typen bordo die gäbe bestimmt sogar den transporter würden vielleicht noch vorgehen also wenn man nur hier hier ist klar denn ich überlebe das tut wenn okay sie haben einen festen todes startpunkt sparen punkt wie auch immer dahin nach da oben glaube ich erst durch das loch fallen das selbst gemacht habe sehr schlau naja ok ja man kommt nach oben wieder und dann kommen wir nach da unten und dann kommt das spiel was ich weiter mit denen hin und her schießen da muss ja wieder ein bisschen wieder vorgucken so wie immer habe ich das eben kriege sonst geht das hier nicht hin die tasse drücken das wird schon ansonsten ist tot kann ich mir ganz freund setzen schön wäre es muss einfach über die rüber gehen löcher schießen drei stück dann eine scheiße gar nicht ist weiß ich ob liegt ihr das jetzt noch weil ich eine bombe benutzt habe weil ich glaube dann doch eigentlich noch da hinten schon ich glaube das geht trotzdem das muss man nämlich nur machen weil ich mir wieder da laden und weil man dann hier hinten hinkommt aber dafür brauchen zwei bomben okay mit die anderen bomben kann man auch jetzt holen okay das ist also gewollt also trotzdem will der man so eine bombe oder nämlich zwei mit wir heute ich da hin ich glaube zweimal muss ich bomben legen das heißt theoretisch und das gerade so reichen obwohl ich einmal versaut habe naja und den bohrer auch nicht mehr weil ich theoretisch hier nicht mehr bohren muss hier muss ich nicht mehr bohren nicht mehr bohren mich verboren so und das ist jetzt eben nur dafür da dass ich jetzt da hinten eine große bombe legen kann um eben zum ziel nicht frei zu sprengen jetzt richtig gelegt ich glaube ja stimmbar hätte bitte danke denn die scheiße bleibt nicht mehr lange hier ihr könnt da meinetwegen bleiben ist wie war ja so ihr okay seid schlau oder doof und bleibt doch hinten das gefällt mir zwei dinger noch ja das wird klappt mit der bombe da war schweilbomben theoretisch brauche ich ja nicht mal das level einfache wie immer wenn man weiß wie ist das kein problem das ist wie im real life wenn man da auch weiß wie dann auch alles gut okay ich muss nur noch überlegen wie das ist weil der typ unten ist aber das ist glaube ich relativ egal ob wir uns hier durchfallen lassen so es muss mal zwei und drei sein ansonsten kommen wir selbst nicht rüber das muss natürlich auch mal sein damit die neue sporen und das war schon das level oh mein gott ist das einfach dafür ist das nächste level umso mehr ein arsch ach ja umso mehr ein arsch warum du fragen die antwort seien weil du hier ziemlich viel rum hampeln mussten mit der scheiß leiter ja ich kann da jeder karten von das letzte ding ist ein normaler normaler kasten die man durchschießen kann also jetzt muss man nämlich nach oben gehen aber gleichzeitig ist es so doof du musst den scheiß typen kriegen aber die kämie fressen lassen deine typen muss auch runter damit du es ist so das level egal erst aber muss das pferd buch gefeiert hat das halte kein problem wir haben eher die theoretischen um die leben natürlich wenn wir nicht schaffen können wir wieder durchschieben aber das will ich ja eigentlich nicht deswegen müssen beide oder fallen so danke so kann man die theoretisch auch wieder zurückschicken lassen sollten sie ja da wieder auf dem haufen jetzt er sich wieder kommen kommt er meine freunde ja 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 muss mal gucken was mache ich überhaupt hier ich muss ja ich muss zusammen den anderen gas anderen gold stück der holen ihr seht es mal jetzt sind hin und hier nur wegen 1 1 gold stück willst du jetzt sind blöder typ äh das ist jetzt nicht geplant gewesen du blöder typ du was willst du darfst du willst mich holen okay mir egal ob du das machst so pfeil runter sehr schlau benutze ich die leiter los 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 danke danke bis der da oben ist es ist auch kein problem habe ich immer den bohrer ja ich habe den bohrer denn wir müssen ja nichts anderes machen als einfach nur jetzt hier durchkommen hier müssen wir jetzt auch wieder zwei dinger verschwinden wie auch immer so kommt mal runter leute ja komm mal runter hier denn wir müssen den gleichen scheiß normal machen ganz knapp bis die vor mir sind und dann wieder ganz schnell zurück rennen und ich will gerade hin wie komme ich noch mal nach herde mit der einzelnen bombe und theoretisch muss ich dann nichts tolles machen genau da muss ich irgendwie wieder nach links und so genau warten bis zu kommen genau das verfolgt mich kommt runter ja und nein könnte wieder nach hinten gehen los 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 zu sein das können sie natürlich nicht okay wollt ihr auch da rechts was habt ihr jetzt vor da wollte einfach noch leider hin und her hübeln warum geht es auch nach rechts egal ich will ihn nur hier zur linken seite das noch eine jahr ok ich glaube ich mache das ich würde sagen richtig wenn ich jetzt nicht gleich sterbe so jetzt muss ich die wieder mal wieder runter locken wie immer kommt der meine freunde alle meine drei freunde kommen sich holen alle meine ach ja jetzt muss ja nach hirn kommen alle meine drei freunde kommen mich holen alle meine drei freunde kommt her wo ist das eine scheißzeit ohne internet aber theoretisch ist auch gut dass ich kein internet mehr habe warum momentan ist echt scheiße richtig scheiße weil ich so wenig zeit habe ich hätte theoretisch niemand mehr zeit letztes aufzunehmen du nimmst doch gerade eins auf ja aber meine aufnehmenzeit momentan ist richtig komisch sporadisch sagen wir so die mit dem ich glaube ich glaube ich muss nur unterschießen da den ja da muss tauschen die aufhalten und wenn ich dadurch die glaube ich komme ich ja oben links aus dem level jetzt könnte ich theoretisch auch noch dieses level machen aber ihr kennt mich ja ich habe gesagt ich mache immer zwei level das heißt es kommt noch ein einziger pass und das spiel endlich vorbei endlich da kann ich was anderes spielen dann kommt ja das was ich gesagt habe was neueres was neueres ob es euch gefallen wird keine ahnung ob ich gut dass das gut machen werde oder mir selbst nachher gefällt das weiß ich auch nicht weil ich habe theoretisch kein einziges neues spiel gespielt außer eben god of duty glaube ich einmal multiplayer mein freund habe ich auch mal gespielt ne habe ich aber hochgeladen die videos damals habe ich die in den schredder geschmissen zerschreddert das ist ebenso ne der denkt man eben die erfüllende qualitätsstandard nicht äh und das damals schon dann sind die ultra schlecht also noch schlechter als was man bis jetzt gesehen hat ultra schlecht so lebt wohl bis zur nächsten episode und zur allerletzten endlich es tut mir leid aber das spiel eignet sich fürs let's play so gar nicht überhaupt nicht da muss man ich wollte sagen viel zu reden haben ja aber gleichzeitig ist es auch eben so schwer weil du hier so viel überlegen musst im gegensatz zu minecraft deswegen eignet sich minecraft auch eben gut für let's plays das habe ich schon mal gesagt und deswegen lebt wohl ich habe es schon mal gesagt 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 ich habe es schon mal